Aber Turk konnte sich nicht daran gewöhnen, dass seine Frau mit einer Psychiaterin befreundet war. Was willst du heute Mittag essen, Schatz? Baby, bitte nicht in ihrer Gegenwart. Turk, was hast du für ein Problem mit mir? Du kannst Leuten ins Gehirn gucken. Und ich will wirklich nicht, dass du dich gekränkt fühlst, aber das macht dich zu einem Hexen-Vibe. Blödsinn, wer weiß schon, wie es in deinem Gehirn aussieht. Darf ich mal? Hey, willkommen in Turks Gehirn. Du siehst ratenscharf aus. Was soll das? Du bist nicht lesbisch. Ich bin hier drin. Ja, bin ich auch. So ein Mist! Ähm, Molly, du bist vom Fach. Warum hören meine Tagträume immer auf, bevor es richtig heiß wird? Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das mal untersuchen. Jetzt gleich. So ein Mist! Alter, nur die Ruhe. Und gönn dir heiße Schoko lieber. Sofortiger Rückzug! Abbruch! Abbruch! Aufhören! Ich steh nicht auf schwule Kokosnüsse! Okay, wir sollten gehen. Ja.